Herzlich willkommen zum Start des Heidelberg Assistant. Unter dem Motto Heidelberg Goes Digital verstehen wir die digitale Transformation von Heidelberg. Wir unterstützen dabei unsere Kunden auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft und setzen an der Schnittstelle zwischen unseren Kunden und Heidelberg konsequent auf Digitalisierung. Ab sofort sind wir mit dem Heidelberg Assistant live und erreichen damit für uns und unsere Kunden einen Meilenstein in der digitalen Welt. Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, wie für unterschiedliche Verantwortungsebenen bei unseren Kunden durch den Heidelberg Assistant die Arbeit wesentlich erleichtert wird. Dem Produktionsverantwortlichen bietet der Heidelberg Assistant einen Gesamtüberblick über den Service und Wartungsstatus seiner Druckerei. Damit hat er Zugriff auf die Service-Hotline von Heidelberg in Echtzeit. Benötigt er Support durch den Heidelberg Service, meldet er dies zukünftig über die Applikationen. Das ergänzt unseren proaktiven E-Call, den wir schon 2008 für Sheetfettmaschinen eingeführt haben. Zudem liefert eine umfangreiche Wissensdatenbank Antworten auf viele Anwendungsfragen, die ihn bei der hohen Variabilität der Druckjobs effizient und effektiv arbeiten lassen. Im Zugriff sind die Performance-Daten von mehr als 10 Millionen Druckjobs und bieten eine weltweit einmalige Referenz. All diese Informationen sind zudem auch für den Geschäftsführer immens wichtig, wenn es um die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit seines Unternehmens und die Steuerung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses geht. Für den Einkäufer des Kunden vereinfachen wir die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien. Der Heidelberg Assistant erweitert den bereits in knapp 30 Ländern verfügbaren Heidelberg eShop zu einem intelligenten, datengestützten Einkaufserlebnis auf Basis der installierten Maschine und Produktionsprofile. Das Angebot wird gezielt auf jeden einzelnen Kunden individuell zugeschnitten. Mit der neuen Heidelberg ID schaffen wir einen personalisierten Zugang zur Plattform. Die Informationen bleiben so übersichtlich und sind von jedem Ort jederzeit abrufbar, egal ob von einem Computer oder einem Mobilgerät. Der Heidelberg Assistant steht ab sofort Kunden in Deutschland, der Schweiz, den USA und Kanada zur Verfügung. Zahlreiche Pilotkunden haben das Angebot bereits erfolgreich getestet. Der Heidelberg Assistant ist ein wichtiger Schritt in die digitale Zukunft unserer Kunden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.